So, ich habe hier heute das Küchenmesser von UMI und ich wollte Ihnen nur einmal zeigen, ob es scharf ist oder wie scharf es ist. Dafür habe ich hier ein einfaches dünnes Blatt Papier. Nehmen wir jetzt das Messer und dann gucken wir mal, wie das durchgeht. Tja, ich sage jetzt einfach mal, das geht durch wie durch Butter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.